Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei OveGomi. Heute gibt es kein Tutorial von mir, sondern ich habe ein paar Tutorials von anderen Kanälen nachgemacht. Im Januar jeden Jahres ist der Sculpting January von CGBoost. Das ist so eine Aktion, um die Sculpting-Fähigkeiten zu verbessern. Da gibt es auf der Seite von denen einen Zeitplan. An jedem Tag steht eine andere Aufgabe zum Sculpting auf dem Plan und die kann man dann nachmachen. Und so seine Fähigkeiten verbessern. Ich habe mich dazu entschieden, den Kurs von Granted Bid dieses Jahr im Januar nachzumachen. Der Kurs ist hier auf YouTube und kostenlos. Und dieses Jahr stand dieser stilisierte Frauenkopf auf dem Programm. Der Kurs besteht aus mehreren Teilen und ist zum Zeitpunkt des Videos hier noch nicht abgeschlossen. Es fehlt noch das Texture-Painting. Dazu habe ich auch selber schon mal ein Video gemacht und das dann durchgeführt. Ja, geskyptet habe ich den Kopf nur mit der Maus, um mal zu sehen, ob das auch funktioniert. Also wenn ihr das nachmachen wollt, ihr braucht nicht unbedingt ein Grafiktablet, sondern könnt einfach die Maus dazu benutzen. Ja, das Ritopology. Das letzte Video habe ich mir gespart, weil ich keine Animation mit dem Kopf plane und falls man das mal braucht, kann man das später immer noch durchführen. Das zweite Tutorial war von CG Rogue. Der hat einen kompletten Augapfel prozedural modelliert. Ich habe mich dabei auf den Teil mit der Iris konzentriert. Wenn ihr das nachmachen wollt, ich verlinke euch alle Videos unten in der Videobeschreibung. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die werden das hier schon kennen. Ich arbeite nebenbei an einem Astronauten. Das ist hier soweit der Arbeitsstand. Ich kann hier nochmal in den Viewport gehen. Das Ganze sieht da so aus. Ja, das ist noch jede Menge Arbeit und vielleicht kann ich ihn schon Ende dieses Monats euch präsentieren. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.